Melanie ist 22 und liebt ihre Freiheit und Selbstständigkeit. Neulich war sie zum ersten Mal mit einer Freundin in einer Bar, denn Melanie möchte gerne einen Partner finden. Das war sehr aufregend und die beiden haben den ganzen Abend die jungen Männer beobachtet, die die beiden sehr interessieren. Melanie hat Lernschwierigkeiten. Das bedeutet, dass sie im Alltag Unterstützung benötigt. Zum Beispiel beim Umgang mit Geld oder Terminen mit dem Amt. Das wird auch rechtliche Betreuung genannt. Bei Melanie haben die Eltern die rechtliche Betreuung übernommen. Melanie liebt es aber auch, unabhängig zu sein. Ihr ist es wichtig, selbst über ihr Leben zu bestimmen. Doch das ist gar nicht so leicht. Manchmal traut sie sich nicht, den Entscheidungen ihrer Eltern zu widersprechen. Dann nervt es Melanie, wenn ihre Eltern über ihr Leben bestimmen. Für den Abend in der Bar musste sie ihre Eltern um Erlaubnis fragen und versprechen, nicht zu viel Alkohol zu trinken. Wenn sie einen Mann kennenlernt, wollen ihre Eltern mitentscheiden, ob sie sich sehen. Als sie zuletzt einen Freund hatte, wollten sie, dass er ein Kondom benutzt und sie die Pille nimmt, um keine Kinder zu kriegen. Melanie hat das Gefühl, auf die Erlaubnis ihrer Eltern angewiesen zu sein. Sie fragt sich, haben sie ein Recht, hier mitzubestimmen? Melanie möchte gerne mehr eigene Entscheidungen treffen, weiß aber nicht wie. Tagsüber arbeitet Melanie in einer Druckerei, zusammen mit anderen Menschen mit Behinderungen. Wenn Melanie Probleme auf der Arbeit hat, dann spricht sie mit Sarah darüber. Sarah ist die Frauenbeauftragte. Wenn sich Melanie zum Beispiel mit ihrem Vorgesetzten streitet, dann kann sie mit Sarah darüber reden und sie finden eine Lösung. Sarah hat ebenfalls Lernschwierigkeiten und versteht die Probleme dadurch viel besser als andere. Melanie bewundert Sarah dafür, wie selbstbewusst sie ihr Leben führt, für ihre Rechte kämpft und wie sie selbst bestimmt, mit welchen Menschen sie sich verabredet. Melanie fragt Sarah, ob sie ihr vielleicht dabei helfen kann, auch im Privaten mehr eigene Entscheidungen zu fällen. Sarah hilft Melanie gern. Sie schlägt vor, ein Peer-Counseling zu machen. Das ist ein Beratungsgespräch zwischen Menschen, die ähnliche Lebenserfahrungen haben oder gemacht haben. Das Gespräch soll Melanie helfen, ihre Rechte kennenzulernen und diese einzufordern. Für ihre Arbeit als Frauenbeauftragte hat Sarah eine Fortbildung gemacht und Peer-Counseling gelernt. Die beiden treffen sich regelmäßig und reden miteinander. Sarah hört Melanie lange zu und stellt ihr Fragen, über die Melanie viel nachdenken muss. Melanie ist über den Verlauf des Gesprächs überrascht. Sie ist es gewohnt, dass andere ihr immer viele Ratschläge geben. Mit Sarah war das anders. Sie wollte von Melanie wissen, was sie möchte und wie sie es erreichen kann. Nach dem Gespräch fühlt sie sich stark und selbstbewusst und spricht mit ihren Eltern offen über ihre Beratungserfahrung. Gemeinsam sprechen sie darüber, welche Entscheidungen Melanie in Zukunft alleine treffen kann. Sie verabreden, dass Melanie in Zukunft alleine entscheidet, wen sie datet. Ihre Eltern wollen ihr nach dem Gespräch mehr Vertrauen. Sie wissen jetzt, wie wichtig Melanie das ist, auch wenn es ihnen nicht leicht fällt, da sie sich verantwortlich fühlen. Sie werden wieder über diese Themen sprechen. Die sexuelle Entwicklung sowie das Er- und Ausleben der Sexualität ist natürlich für alle Menschen gleichermaßen wichtig, völlig unabhängig, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Die Situation, so wie wir sie jetzt hier in dem Film gesehen haben, sehe ich oft in der Beratung. Eltern haben Sorge um ihre Kinder mit Behinderung und versuchen sie dann, so gut es geht zu schützen und mehr in ihr Leben einzugreifen, als sie es bei Kindern ohne Behinderung machen würden. Dabei wird oft übersehen, dass auch wenn Menschen Unterstützung brauchen, haben sie natürlich das Recht, eigene Entscheidungen zu fällen. So ist zum Beispiel das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung ein Grundrecht, das für alle Menschen gilt. Kernelemente der in Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention ist die Partizipation, die Selbstbestimmung und die Autonomie. Dies ist besonders zu betonen, denn viele Menschen mit Behinderung erfahren aus Besorgnis der Menschen ohne Behinderung oftmals Fremdbestimmung. Deshalb ist es für viele Menschen mit Behinderung nicht einfach, für ihre Selbstbestimmung einzutreten. In dem Zusammenhang möchte ich sehr auf die Beratungsstellen hinweisen, die Peer-Counseling anbieten. Peer-Counseling ist eine Beratungsmethode, bei der das Peer-Sein, das heißt Menschen mit ähnlicher Lebens- und Diskriminierungserfahrung das verbindende Element ist. In Deutschland hat Peer- Counseling auch durch das Bundesteilhabegesetz nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Es gibt sehr, sehr viele Beratungsstellen, die Peer-Counseling anbieten, circa 500 Beratungsstellen. Neben der Unterstützung durch eine gute Beratung sind natürlich auch Informationen, das A und O, und zwar Informationen, die verständlich sind, zum Beispiel in leichter Sprache. Zudem braucht es eine Aufklärung und ein Besuch, vielleicht auch in einer Gruppe von Beratungsstellen, erleichtert es einfach, sich Hilfe zu holen, wenn dort mal Rat und Hilfe gebraucht wird. Für Menschen ohne Behinderung selbstverständlich und sehr leicht zu erreichen, für Menschen mit Behinderung mitunter aber schwierig, einen gesicherten Rückzugsraum im eigenen Wohnbereich.